Ich bin der Fleißner Patrick, Geschäftsführer von der Firma PR Performance und PR Automotive. Ich habe 2017 gemeinsam mit dem Meierhofer Patrick die beiden Firmen gegründet. PR Performance ist die Kfz-Fachwerkstätte für alle Marken und PR Automotive, der Gebrauchtwagenhandel mit vorwiegend deutschen Fahrzeugen. Das ist nicht ein normaler Gebrauchtwagenhandel, wie man es kennt, sondern der Verkäufer, also ich selber, weiß genau, von was ich rede, weil ich eigentlich ein Kfz-Techniker bin und mir das einfach extrem viel Freude macht, Autos zu verkaufen, wo ich auch ganz gerne weiß, was da drinsteckt. Ja, grüß euch, ich bin der Rick, der zweite Geschäftsführer und willkommen in meinem Reich. Das ist jetzt die Werkstatt, wo die ganzen Tiestleistungen passieren. Wir sind prinzipiell eine freie Werkstatt und sind dadurch Marken umgebunden. Wir können aber für nahezu alle Fahrzeuge ein hersteller-konformes Service anbieten, bei Beibehalt der Herstellergarantie. Uns ist halt enorm wichtig, dass auch jeder Kunde, der zu uns kommt, eben auch ganz genau weiß, was am Fahrzeug passiert. Es ist lauwendig, weil sich die Kunden bei uns einfach wohlfühlen, weil es ist jeder freundlich, wir sind ein junges Team, es ist halt einfach anders. Es ist ein Wohlfühlwerkstatt.